Kann sie persönlich einen Stottern nennen? Warum glauben sie, sie sehen so viele weg, wenn sie mit einem Stottern heilen? Kann im Stottern geheilt werden? Glauben sie, dass Stotterer in unserer Gesellschaft benachteiligt werden? Mein Leben wurde bis zu der Therapie vom Stottern bestimmt. Heute lieber ein Wort zu viel, als ein Wort zu wenig. Mein Leben wurde bis 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 zu wenig.